Die Rohrverbindungen werden mit T-förmigen, harzgetränkten Nadelfilzleinern verstärkt. Das neue Anschlussrohr wird auf einen aufblasbaren Silikonschlauch aufgesetzt und anschließend in den Schlauch invertiert. Mittels einer ausziehbaren Stange wird der Schlauch in das Rohr eingelassen. Eine Kamera, die in der zu verbindenden Anschlussleitung platziert wurde, hilft dem Techniker, den Schlauch richtig an der Öffnung zu positionieren. Wenn der Schlauch mit Druckluft aufgeblasen wird und sich ausdehnt, wird der invertierte Leiner in die Anschlussleitung gepresst. Der Schlauch verbleibt an dieser Stelle unter Druck, bis das Harz ausgehärtet ist. Nachdem die Aushärtung abgeschlossen ist, wird die Druckluft abgeschaltet und der Schlauch entfernt. Die Verbindung zur Fallleitung wurde nun verstärkt, um Lecks oder Risse zu verhindern. Der Schlauch wird in der Schlauch verhindern. Vielen Dank.